hallo leute und herzlich willkommen hier zu der nächsten folge von pflanzen gegen zombies garden warfare schön dass ihr wieder eingeschaltet habt und unser battle hier verfolgt diesmal mit den ingi auch schon eine weile nicht mehr gezockt den typen schon ein bisserl her jetzt muss ich erstmal gucken was wir für geile fähigkeiten haben warte mal warte mal erst kümmern wir uns um den kollegen her komm schon wo ist er hin mal schnell auf unseren presslufthammer oh man es gibt es doch nicht komm schon alter ich hab dir doch schon so viel abgezogen ja gott sei dank das wäre jetzt echt peinlich gewesen wenn ich jetzt abgekackt wäre wir hatten noch mal glück aber was nicht ist kann er noch werden und zwar jetzt oh nein da oben ist auch jemand oh shit sie sind überall die verfickten pflanzen sind einfach überall respawn aber schnell hier was machst du hier kumpel faulenzen ja werd mal wach helfen wir deine kameraden zum sieg ooo oh boh erobern komm schon mädchen du hältst eh nicht lang durch sag ich ja habe ich jetzt nur eine vorlage gekriegt oh mann ist das peinlich oh man die hat sich mal lieber nicht dahin stellen sollen die pflanze das war ja aus das war jetzt mega knapp wo sind sie denn wir werden beschossen von irgendeiner dreckigen kackpflanze nein wie viel hat sie noch wie viel hat sie noch 74 so eine kackpflanze komme ich einfach nicht an da bin ich immer zu langsam ich habe eine zu geringe feuerrate die ersten kanonen sind einfach zu flink sehr cool wenn ich so eine bombe hätte wie der allstar extrem geil da kann man nämlich ziemlich schnell ziemlich viele weg holen yes ja so geht es doch komm schon eine noch fuck man eine vorlage eine scheiß vorlage stirb oh man es wäre noch ein schuss gewesen glaube ich ja man ein schuss noch und diese drecks pflanze wird ins gras gebissen aber nee dann doch nicht dann beiß lieber ich ins gras hier ein bisschen was ausrichten oh man ja shit jetzt bin ich schon wieder fast tot hier nicht eine pflanze getroffen ist das nice oder was der letzte schuss hat mit 20 der mensch noch mal ein bisschen gesessen aber hat uns nicht viel gebracht komm schon mal hier muss doch mal ein bisschen was passieren sache am besten bin ich bin ich mit den mit dem mit den fußsoldaten mit der gifterbse und mit dem allstar das ist am coolsten und den kaktus der ist auch noch geil der kaktus ist auch noch geil und der macht noch richtig gut damage der feuerkacktee knallt richtig aber auch nur wenn man es drauf hat oh man geil wäre wenn man sich hier ducken könnte shit 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 keiner hier eine heilung für mich oh man kacke kacke yes volltreffer es hat sich ja richtig gelohnt die abkürzung zu nehmen und zu schleichen was ist denn das hier eigentlich für ein ding hier eine komische was ist denn das was kann ich denn hier machen ich kann mich sogar Bomben fallen lassen ist ja cool komm schon stirb aber wir leben ja gottseidank noch solange wir noch leben ist alles im grünen Bereich ich weiß nicht warum der erste Schuss gesessen hat und die anderen zwei nicht mehr keine Ahnung war wahrscheinlich ein Bug oder einfach Unfähigkeit von mir ich glaube eher es war ein Bug ja oh man alter man wird hier aber echt überall beschossen ist ja fast wie bei Battlefield kaum denkt man man ist sicher wird man auch schon wieder attackiert die Musik ist echt entspannend oh man alter komm her du Bastardviech ja Vorlage 80% Schaden gemacht und ich krieg nur ne verfickte Drecksvorlage man 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 Zeit dass ich wieder mit einem Allstar zocke oder mit einem von den zuletzt genannten guten Charakteren komm schon alter wie viel halten die aus wie viel halten die aus ach man der Ingenieur ist scheiße Ingenieurskacke letztlich was er kann ist rumbrabbeln oh man was haben wir hier schon mehr für räudige Lecks noch feierlich oh man ey naja 20 haben wir noch geholt besser als 0 täte ich sagen komm schon du verkackter Drecks komm schon du räudiger fetter Bastard tja jetzt taumeln sich hunderte von Gegner dort aber man trifft einfach nix extra time was bedeutet extra Zeit wenn es keine extra Zeit gibt so ein Schwachsinn 2 von 7 Gärten erobert und knappe 6000 Punkte naja naja kann man sich drüber streiten aber ich glaube dafür dass ich den Ingenieur nicht mehr gezockt habe ging es einigermaßen ich hoffe euch hat es gefallen und ich hoffe auch ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein von Plans vs. Zombies bis dann tschüss